Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Walking Dead Staffel 3 A New Frontier Folge 3 über dem Gesetz Die letzte Folge war ja ziemlich krass die Entwicklungen, dass sein Bruder Der Anführer ist Von der Neuen Mal You don't have to fill his kebab anymore, baby Grandpa is sleeping No, Yaya Deepo's awake Solamente esta confundido Mama Oh my god, oh my god Was für ein Grafikfehler Put your hands up and close your eyes Thanks Mori Shit Kate Javi, don't Hey What do we call you? Sorry, forgot to introduce myself It's Paul, but my friends call me Jesus I fucking knew it You're one of them You're goddamn right she is If you want to shoot me, shoot me How about I shoot your little boyfriend here instead? Holy shit What the hell is going on out here? Oh my god Was ist das für ein Grafikfehler? Übrigens, deine Tochter ist tot, weil deine Leute sie erschossen haben I hate being out so close to dark It's harder to see them coming We're just gonna get that propane and then come right back I saw it in that pickup truck parked down the road a little In front of the Wallace's house I just wish there was an easier way to get it And that we didn't have to risk life and limb Every damn day For food and water And gas for the stove Am I babbling? I babble when I'm scared Nothing's easy anymore, Kate But that doesn't mean we don't have to try I know It's just hard to get used to, that's all We get over there We grab the tank And we get the hell back home If we're lucky We won't see a single one of those things Fingers crossed There it is Oh, middle, ey, bist du dumm? Of course it's empty Why would we get that lucky? Hey, keep it down I know what sucks, Kate But you gotta watch out I'm sorry I'm just sick of this shit I just thought This one time We deserve to catch a fucking break Yeah, that name is camponyhoof That name is camponyhoof Kate, you're a hammer now Oh god That... That's... That... That's... 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 Mädels, it would also be easier to go, ey Und es war Schön, dass wir das geklärt haben Ja, ich habe den Ehering gesehen Schön, dass mir das noch gezeigt wird Klingeling, die Frau ist verheiratet Bitte einmal die Finger von der Frau lassen Das ist schon wieder so ein Grafikfehler Ey, was geht mit dem Spiel Immer diese Striche dadurch Ich weiß, wir alle wollten hier in der Haus und warten für David zurück Aber es hat drei Monate seitdem er mit deinem Mutter Was sagst du? Wir sind nicht sicher hier Nicht mehr Du und ich könnten uns gebeten da draußen für eine Leitung Da muss man sicher sein Was macht dich denken, dass es besser wird Ach, waren sie da noch jung Dann kam der Daddy aber schon lange nicht mehr zurück Wir sind sicher in der Haus Und ich glaube, wir können mehr Essen in der Stadt finden, wenn wir einfach hörger schauen Wir müssen irgendwo mit mehr Menschen finden Menschen, die noch immer wieder Menschen, die nicht interessieren, ihre Zutaten Wir haben unsere eigenen Zutaten Nicht genug Nicht mehr Aber was ist bei Dad? Was wird er denken, wenn er auf und wir ihn einfach verletzieren Wir müssen uns selbst schauen, Gabe Ich wünsche, dass Dinge anders waren Aber unsere Sicherheit ist mehr wichtig Aber wir sind sicher hier Nein Wir sind nicht Entschuldigung, Gabe Aber Javi ist richtig Wie geht es, ihr alle und ich bleibe hier Du bist ein Kind Das ist nicht wie es funktioniert Ich kann sich selbst ausführen Wenn ich eine Hilfe benötige, werde ich einfach fragen meine Freunde Gabe Liebe Was? 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 Was ist mit ihr? Warum ist sie so lustig? Warum? Warum Warum? Warum meine Wunderschöne Was ist mit dir passiert? Ich konnte es nicht. Wann müssen wir gehen? Am Morgen, als es die Nacht ist. Ich will ihm eine Note geben. Ich werde dir helfen, okay? Was werden wir ihm sagen? Ich will sagen etwas gut. Sag ihm, wir finden ihn. Somehow, wir werden uns alle wiedersehen. Ich mag das. Ich werde es jetzt schreiben, damit wir nicht vergessen. Natürlich. Ich werde ihn helfen. Danke. Wirklich. Ist er denn jetzt auch nie zurückgekommen? Oder... Ich verstehe das jetzt nicht. Ja, was nimmst du mit? Ich würde nichts mitnehmen, außer meinen Hund. Waren wir mal ein berühmter Baseballspieler, oder was? Du hast eine Kerze vergessen. Du hast eine Kerze vergessen. Folge 3. Über dem Gesetz. Hatte ich schon erwähnt. Ja, das wird ja jetzt sehr interessant. Vor allem, weil ich ja die ganze Zeit dafür gesorgt habe, dass es zwischen Harvey und Kate was läuft. Ich bin echt gespannt, was er dazu sagt. Wegen seiner Tochter. Das interessiert mich. Ach, diese Grafikfehler. Mensch. Nein, das ist dein Geist. Hm. Deine Frau liegt am Boden. Merkt er das nicht? Deine Frau liegt am Boden. Ich werde sie hier so bleiben. Er sagte, wir mussten schlafen. Ich konnte sie nicht anhalten. Was hast du versucht, Max? Sie sind Außerirdische, David. Das ist das, was wir mit jedem machen. Oh Mann, dieser Grafikfehler. Merkt er nicht, dass seine Tochter nicht dabei ist? Wir müssen nach Quarantinieren gehen. Was für? All newcomers geteckt werden für Bites. Und sie müssen alle ein paar Fragen stellen. Unsere Doktor wird die zwei von ihnen entspannen. Aber die resten von euch müssen mit mir nach Quarantinieren. Und sie sind in der Begründung. Du verstehst nicht das? Ich bin David's brother. Ich gehe mit ihnen mit ihnen. Wir haben Prozedur hier. Prozedur die müssen zu folgen. Selbst wenn du mit David bist. Oh, du Penner, ey. Können wir jetzt endlich die Szene überspringen, damit der Grafikfehler weg ist? Ey, ich krieg gleich mal was kotzen. Oh, der ist so nervtötend, ehrlich, ey. Oh, der ist immer noch da. Was soll das denn? Ich verstehe das nicht. Boah. Leute, ich muss mal kurz... Ich starte mal das nochmal neu, ja. Ob er jetzt weg ist? Ja, jetzt ist er weg. Das ist total komisch. Ehrlich, ey. Tut mir leid. Was? Tripp. Die Leute hier in Richmond. Die neue Frontier. Oh, mein Gott. Oh, du hast noch nicht gehört. Du hast noch nicht gehört. Du hast noch nicht gehört. Du hast noch einen Bruder. Du hast noch einen Bruder. Ich weiß nicht, dass du einen Bruder hatte. Javi? Hey, niemand ist mehr überrascht als ich. Ich dachte, der Mann ist tot. Wir haben ihn seit Jahren gesehen. Wir haben ihn nicht gesehen. Es war nur ich, Kate und die Kinder. Ich wollte nicht überraschauen, was die Wahrheit sind. Aber er hat sich ziemlich überraschaut zu sehen. Wer dieser Mann ist, er kann nicht alles schlecht sein, oder? Ich meine, er hat Kate geholfen, stattdessen zu holen. Natürlich hat er sie in. Sie ist seine Frau. Sie ist seine Frau. Sie sind schuldig. Kate ist mit deinem Bruder? Die Art du zwei agiert haben. Ich glaube nicht, dass sie einen Mann haben. Das ist alles. David ist weg. Ich musste, um die Familie zu sein. Ich habe sicher, dass die Familie okay sein wird. Es ist nicht so, dass ich nur sie weggekommen kann. Von allen von ihnen. Nein. Natürlich nicht. Aufgrund von der Familie, Ich hoffe, dass ich nicht so schön mit der Neue Frontier sein werde. Ich weiß, dass du nicht so viel in der Prescott-Hobby warst. Aber sie verraten das Ort auf dem Boden, für keine fuckingen Grund. Mhm. Mhm. Ja. 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 Deine Frau ins Krankenhaus bringen, zum Beispiel? Oder? Die Leute rauskommen hier früh, die anderen bleiben für lange Zeit. Tripp, einfach es, okay? Smart cookie, das ist. Javi, einfach weg. Ich werde zurück, bald ich kann. Du kennst das. Boah, mir ist ganz heiß, ey. Was ist denn los? Boah. Puh, 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 Gastfreundschaft des Südens. Des Südens. Südens, 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 Südens. Hm. Steht da, ich kann es nicht entziffern. Och, schon wieder Grafikfehler, nein. Nein. Ich habe jetzt die Grafikqualität etwas runtergeschraubt, aber es hat nichts gebracht. Wir haben den Bug trotzdem. Dann kann ich es auch wieder hoch machen. Wenn das eh nichts bringt. Und... Das klingt gut. Wir haben ein Prozess. Unsere eigene Weise zu tun. Ihr Mann besser nicht mit dem Problem. Dinge nicht gut gehen für die Träbel-Makers hier. Ich hoffe, dass das klar ist. David, du hast uns in eine Kälte. Nicht erwarten, dass wir uns zu schreien. Wir tun das, um uns zu retten zu retten. Es ist nicht persönlicher. Du bist sicher über das? Komm schon. Oh, das ist ein Fehler. Wo sind wir gehen? Kate hat dich gefragt. Ich dachte, du willst auf sie schauen. Hör, Javi, Gabe. Er hat mir gesagt, ein paar Dinge verletzten. Dinge, die ich brauche, um deine Hilfe zu schrauben. Boah, gut, dass ich mich nicht verplappert habe. Können wir bitte auch erwähnen, wer schuld ist? Oh, schön, endlich. Oh, gut, wenn du mir nicht glaubst. Max war ein Teil davon? Fuck. Ich brauche Details. Was war da draußen? Ich brauche genau was passiert. Alles, was du erinnerst. Die Böden mich auszuholen und mich in der Trucke. Ich bin weg von dieser Stadt, Prescott. Die gleichen Arschlösen haben uns da. Die Böden sie mit Walkers und Teargas. Die Böden? Ein verrückter Mann mit einem Beard. Badger. Was hast du jetzt gemacht? Ich werde das dumm, scheiße, okay? Mach das dir selbst. Die Politiker hier. Sie können sich verletzen. Ich dachte, du war der Boss. Es gibt vier von uns, Richman. Du musst die anderen drei empfehlen. Oder du bist zurück auf der Straße am Morgen. Gott. Kann man jetzt bitte so einen Ladestand kommen oder sowas? Oder so ein Speicherstand? So ein Speicherstand? So ein Speicherstand? Hm. Ava ist meine righte Hand. Wenn du jemanden kannst, in Richmond ist sie. Es ist sie. Das Mädchen. Das Mädchen. Das Soldat. Der Mann. Sie war die erste Person, die ich mit erleden mit, wir haben nachher. Ich hätte es nicht gemacht, ohne sie. Gabe sagte, dass du zurück in die Haus ging. Zu Beginn. Entschuldigung, dass ich dich nie gefunden habe. Hast du sogar versucht? Wie kannst du das sogar fragen? Ich weiß nicht, David. Du bist ein ziemlich wunderschön. Warum hast du nicht zurückgebracht? Mama und ich wurden aus der Stadt auf dem Weg zum Hospital. Es war lange, bevor sie... Oh, Mama. Ich konnte nicht zurück in die Baltimore. Ich habe mich mit meinem alten Umfeld geholfen. Ich dachte, wir könnten eine Sicherheitszone außen D.C. Nachdem zu Mama und alle anderen passiert. Ich dachte, du bist alle tot. Ach so, du bist noch nicht mal mehr zurückgekommen, um dir sicher zu... ...sichern zu gehen. Ich habe mich mit dem Weg gefunden. Wir haben uns alle geholfen. Wir haben uns alle geholfen. Wir haben uns alle geholfen. Du hast verändert, Bruder. Du hast den Ende des Welt. Aber du hast endlich gewonnen. Wir haben uns alle geholfen. Wir haben uns alle geholfen. Wir haben uns alle geholfen. Bitte lass ihn weg sein, bitte. Gott sei Dank, ey. Boah, der geht mir so auf den Nerven. Hm. Hm. Javi, ich bin glücklich, dass du okay bist. Get off me! Du kennst mich. Ich bin immer okay. Verdammt, es ist gut, dich zurück zu haben. Schau an diese Familie. Schau an meine Frau. Ist sie nicht die schönste Frau, der hier ist? Nein. Du bist ein glückliches Mann, David. Wir sind alle glücklich. Was hat sie mit Absicht gemacht? So durchschaubar Frauen. Ich bin schaubt, Javi. Mehr als ich das ganze Zeit auf der Straße war. Selbst wenn ich dachte, ich werde sterben. Alles in mir schreie, um weg zu gehen. Diese Menschen sind Zähler. Und David? Lass uns dich besser machen, Kate. Die Fassilien sind hier drin. Ich bin keine Fassilien. Wir waren nicht ohne sie. Sie haben nicht die Fassilien. Sie haben nicht die Fassilien. Sie haben nicht die Fassilien, Javi. Diese Menschen haben mich verletzt, Javi. Die Leute von David. Hast du vergessen, Mari? Natürlich nicht. Sie sind immer du und ich auf der Straße, Javi. Das ist wie wir es so weit entfernt haben. Bitte. Bitte. Ich versuche mir, dass wir zurückkommen. Die erste Chance, die wir bekommen haben. Dieses Ort. Es ist ein Schraub. Ich verstehe, Kate. Aber wir können nicht nur auf unsere Hände auf dieses Ort. Auf meine Bruder. Javi. Wir müssen versuchen, es zu funktionieren. Ich habe gesagt, das über meine Fassilien. Ich glaube, es funktioniert immer. Whatever. Bitte. 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 Wie geht's dir? Wie geht's dir? David hat ein paar Schmerzen. Es ist weniger. Es ist weniger. Es ist verrückt, wie es nur kommt und geht. Ich glaube, sie hat ihre Schmerzen geöffnet. Schmerzen. Schmerzen? Ich vermute. Aber die Schmerzen oft kommt in Wälder mit Abdominalen. Ich gebe dir etwas, um die Schmerzen zu nehmen. Wenn es zurückkommt. Es ist wirklich superlative. Ich dachte, dass ich die Schmerzen muss. Aber alles sie brauchte war, was die Schmerzen und ein paar Antibiotika. Wie hast du jemanden mit diesen Schmerzen zu finden? Eine Schmerzen wie diese schmerzen, 9 aus 10. Wer macht das, wirklich weiß ihre Sachen. Wir haben Glück. Wir haben eine Gruppe mit einem Medik, Elinor, vorhin Kate getötet. Die gleiche Gruppe in Quarantäne, jetzt. Sie ist da, jetzt? Wir sollten sie rauskennen. Ich werde sie für sie. Ich habe sie für sie. Ich habe Ava hier her. Ich möchte sie treffen, Elinor. Ich bin sicher, sie wird ein Asset in unsere Gemeinde. Du kannst sie für die resten, auch. Es funktioniert nicht so. Aber wir machen sie für sie bald. Javi und ich müssen jetzt treffen, ein paar Leute. Ey, der Typ. Es ist so lächerlich mit ihm. Ja, jetzt tut er so, ne, so. Oh, meine Familie und meine Frau und sowas. Weißt du? Weißt du, was ich gesagt habe? Wenn wir diese Leute treffen, behält was mit Mariana zu dir selbst. Badger ist einer meiner Leute. Und ich werde ihn behandeln. Aber vorher haut er einfach ab und kommt nicht wieder. Also ich gehe mal davon aus, dass die tot sind. Aber mal nachsehen. Ach, warum denn? Muss doch nicht sein. Quatsch. Nein. Jetzt kommt bestimmt wieder der Grafikfehler. Dann beiß ich in meine Tischkante. Ach, ich wurde... Es hat nichts gebracht. Ich habe gerade nochmal gewechselt, aber... Das bringt nichts. Wir müssen es einfach ertragen. Diese Scheiße, ey. Kotzt mich so an. Der ist so... Dann sind sie so was anderes, wer.